UNTERTITELUNG 1, 2, 2, 3, 6. 2, 3, 2, 1. Überragend, Junge. Jedes Spiel muss man gewinnen. Kein Spiel ist egal. no wie braun james ey ey no 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 unter unter Guck dir das an, ey! Guck dir das an, ey! Guck dir das an, ey! Ja! 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 Warte, go! Scheiße! Ja! Was macht du weiter? Jetzt, fertig! Auf geht's, Jörg! Ja! 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 Locker bleiben! Am Ende kacken! Wir haben die roten Teams hier. Das sind die Siegerteams. Sie sehen alle verdammt stabil aus. Maxwell, glaubst du, was war das Erfolgsgeheimnis der roten Teams heute? Mentalität! Mentalität! Wie wird das Ganze gefeiert? Ähm, wissen wir noch nicht. Lass uns da einfallen. Trainer, wie wird das Ganze gefeiert? Wir sind spontan, die Jungs sind gut drauf. Kriegen wir schon was hin. Gut, dann Volker als herzlichen Glückwunsch. Schönen Abend! Applaus Ja! 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 Ja, ja? Vielen Dank.